Fall. Ich habe das Game gerade beendet und habe mich doch nochmal entschieden es jetzt weiter zu zocken. Das ist einfach so geil geworden, so spannend und macht richtig Spaß. Das ist natürlich jetzt erstmal den Weg wiederfinden hier. Und natürlich jetzt auch eine neue Waffe. Ich werde zwar auch nicht die schnellste mit, aber die hat auf jeden Fall Kraft. Die Zertrümmert natürlich einiges hier, gerade hammermäßig. Ja, sehr gut. Na, es hat doch prima funktioniert. Ja, beruhig dich. Ganz ruhig, Fiori. Ja, der knüppelt die aber ganz schön weg mit seinem Hammer. Können wir ein bisschen schneller sein. Ah, shit. Ich habe gedacht, dass wir die platt machen. Okay, nächster Versuch. Jetzt klappt es aber. Okay. Wow. Wow. Oh, Gott sei Dank. Das war mal eine ganz knappe Geschichte. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Oh, Gott sei Dank. Ja, langsam werden sie echt schwieriger. Oh, Gott sei Dank. Ja, da haben wir uns ganz gut durchgeknüppelt hier. Na, ein bisschen langsamer sind wir schon damit durch. Die Kraft ist enorm. Aber wenn der Hammer trifft, dann natürlich richtig. 272, ja. Die Frage, müssen wir jetzt hier runter? Ne, sieht nicht so aus. Ah, Fahrstuhl. Sehr gut. Sehr gut. Damit sollten wir dann weiterkommen. Hier haben wir dann so eine schöne Kiste. Der Hammer ist zwar gut und effektiv, aber ich muss sagen, mir gefällt ein Schwert eigentlich besser. Aber wir haben jetzt ja irgendwie der Stärkste, was wir jetzt einsammeln konnten. Das ist ganz schnell für Frieden gesorgt. Das ist jetzt Ruhe. Also mal schauen, wir haben jetzt Meteranzahl 200. 100. Oh, ist ja sehr schön. Neuen Fertigkeitspunkt haben wir bekommen, den wollen wir doch gleich mal einsetzen. Und zwar Waffentiming. Jawohl. Tja, was ist jetzt die Frage, ist das... Oh Gott, da geht's aber tief runter. Oh Gott, da geht's aber tief runter. Jetzt geht's hier weiter. Ah, ist ja gut. Alles schön einsammeln. Ich glaube, hier müssen wir jetzt richtig sein, so von der Ebene her. Ja. 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 Okay, die hole ich mir. Jetzt noch einer. Schade, ich hab eigentlich gedacht, dass ich beide richtig gesiegt hatte. Jetzt müsste es aber geklappt haben. 200. 200. Die Richtung. Ja. Ja, komm. Das kriegen wir auch noch platt. Ja, sehr gut. Ja. da. Ah lächerlich hier ja platt auch platt so muss das laufen ja dann haben wir gleich das eine ziel auch wieder erreicht hier ist nichts also muss man links rum 367 doch ich glaube das müsste hier richtig sein müssen dann wahrscheinlich ein bisschen nach oben klettern ob hier irgendwo hat nicht viel gebracht immer in die richtung gehen hier geht da kommen wir nicht weiter 80 meter an die richtung also links doch noch weiter hier ich dachte das so ein bisschen weiter oben hier gewesen das geile ist man kann auch daneben hauen dann kriege ich trotzdem schauen weil der hammer so viel dampf hat so 59 meter alles klar hier sind wir richtig abschließen siebte sanctum so this is the inside of a sanctum hmm she's quite something though i did not expect her to be so independent she's a living being or not merely some weapon to be wielded well in that case i'll have to look to you for the weapons you never change i'll provide you with basic arms the rest we can forge here this will help a sacred flame go on light the forge with it besuche die schmiede die ist da vorne mit dem würde ich gern upgraden verbessern 44 auf jeden fall 46 verbessern 52 50 a da fehlt noch was alles klar schon mal sehr gut so freunde ich würde aber sagen wir machen an dieser stelle schluss und sehen uns dann in einem der nächsten videos bis dahin 54 1 1 Vielen Dank.